Ein großes Problem für Camper ist die Toilette und das Schwarzwasser. Wir von Aquatrave haben ein innovatives Produkt entwickelt. Es ist sowohl in Einzeldosen als auch in 5-Liter-Kanistern erhältlich. Man muss aber nicht den ganzen Kanister mitnehmen, denn wir geben ihnen zusammen mit dem Kanister eine graduierte Halbliterflasche, sodass sie zu Hause umfüllen können und dann nur einen halben Liter mitnehmen. Ein halber Liter reicht für 10 Anwendungen, da 50 ml Produkt pro Kassette ausreichen. Warum ist es innovativ? Weil dieses Produkt mit normalem Toilettenpapier aus dem Supermarkt verwendet werden kann. Ich zum Beispiel benutze es mit der Regina Küchenrolle. Es löst alles auf. Wenn Sie das Wasser ablassen, werden Sie feststellen, dass sich nach zwei oder drei Stunden alles in der Kassette in Wasser verwandelt hat. Das bedeutet auch, dass das Spülen viel einfacher ist. Sie werden sehen, dass einmaliges Spülen reicht, um sauberes Wasser im Tank zu haben. Einzeldosisbeutel und 5-Liter-Kanister. Letzterer ist viel wirtschaftlicher.